So Leute, was geht ab zum neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir mal mit Spike in der Solo-Showdown-Runde, Feuerfeld. Oder ist es Feuerfeld? Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir gewinnen es und ja. Da war ein bisschen cold. Was macht denn dieser Mortis? Was ist noch Mortis? Was machen die? Hilfe. Das sind meine Kisten, mir geht alle weg. Schnell abhauen. Die Uli war echt scheiße. Nein, sag jetzt nicht, hier in der Mitte ist jemand. Okay, gut. Ich hatte allgemein, was die Videos betrifft, ich hatte allgemein keine Zeit, um Videos zu machen, wenn ich generell nicht viel zocken durfte. Aber ich hoffe, es kommen jetzt mehrere Videos wieder. Und ja. Ich glaube, die Runde gewinnen wir, oder? Wenn der Rico schreibt. Wenn dieser Rico. Ja, die Runde haben wir gewonnen. Geil. Das war auf jeden Fall eine Glücks-Runde, glaube ich, jetzt mal. Und ja. Und dann werden wir jetzt mal Kopfgeldjagd. Und... Mit... Mit wem sollen wir... Warte, was ist das überhaupt für eine Map? Okay. Dann nehmen wir mal deine Mic. Let's go. Komm. Weg. Jetzt noch deine Mic. Spike hier. Unser Spike. Nein. Hilfe. Hilfe. Danke. Aber jetzt habe ich meine Hülte komplett verschwendet. Ich stepp. Ich stepp, ich stepp, oder? Nein, nein, nein. Und hier ist wieder der Primo, wie man es kennt. Da ist er weg. Ja. So. Gut. Oh mein Gott, Hilfe. Nein. Ich bin los, das ist in der Formel. Das ist gar nicht gut gewesen. Ich bin los, das ist in der Formel. Da ist er next. Okay gewesen. Hä? Wie trifft er mich andauernd? Der sieht nicht mich, aber trifft mich. Check ich nicht. Dieser Koch meine Macken nervt. Gut, da ist er wieder weg. Easy win. 44 zu 18 für uns. Plus 5. Da schwirren wir direkt noch eine Runde. Star-Marke haben wir auch bekommen. Ja. Wir haben eine Piper und einen Rock. Im Team ist eigentlich okay. Es geht. Es ist nicht das Beste, aber es ist okay. Schon. Ich bin jetzt noch nicht auf der großen Seite. Wer ist noch ein Mortis? Hä? Warum nicht? Hä? Ach egal. Die führen gerade. Mann, dieser Dynamike. Was? Sie liegt ganz knapp da hinten. Dahinter. Komm. Komm. Und jetzt alles draufwerfen. Body's am Mortis. Body's am Mortis. Body's am Mortis nervt übelst. Ich hoffe, wir gewinnen es noch. Gut. Dieser Brock darf jetzt nicht sterben. Sonst haben wir verloren. Und er ist gestorben. Und er ist gestorben. Pommes. Mit Ketchup und Mayo. Jo. Na, wir haben die Runde leider verloren. Oh, wen soll ich nehmen? Neue Eignis. Erbsgrube. Im Shop gibt's auch noch was nice. Warum nicht? Kann man sicher machen. Was ist hier? Season. Ja, dann können wir direkt zwei Kisten noch öffnen. Noch eine Kiste ist da. Und macht noch Erzgrube. Dann kann ich noch eine große Box öffnen. Mit Bibi. Tare. Eine Pipe. Und Bo. Alle Fernkämpfer. Außer Tare. Tare ist beides. Ich bin nur Nahkampf. Die anderen beiden sind Fernkampf. Und Nahkampf auch. Mann, diese Tare. Jetzt ist es weg, oder? Was ich nicht an Bibi richtig cool finde. Sie schuckt welche zurück. Aber dann kann sie nicht mehr die anderen angreifen. Mann. Ich darf nicht sterben. Ja, ja. Endlich. Ich hab einen Kill gemacht. Ja. Nein. Dieser Bo ist alleine. Oh mein. Ich komme. Nein, doch nicht. Er kommt. Nicht. Och Mann. Komm. Ja. Jetzt hab ich alle. Moinsen. Ja. Ich hab. Ich hoffe euch. Euch hat das Video gefallen. Morgen kommt wieder pünktlich ein Video. Und. Ciao. Ciao.